Herzlich Willkommen zum nächsten Hearthstone Episode hier auf WePlay Games For You. Ich bin so Ivo. Und ja, wir spielen eine neue Runde Arena. Wir haben zur Auswahl Droide, Magier und Priester. Priester und Droide mag ich jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen. Wir spielen mal eine Runde Magier. Da kommt zwar ein bisschen drauf an, was für Karten man bekommt, aber wir hoffen mal das Beste. Also, der Murloc ist schon mal Quatsch. Die Murlocs in der Arena sind einfach nur unbrauchbar. Der Abenteurer ist gut, der Agentumkommandant ist genauso gut. Allerdings denke ich, dass der Agentumkommandant in den meisten Fällen nützlicher ist als der Abenteurer, deswegen nehmen wir den. Ja, den Patriarch mag ich überhaupt nicht. Der Ritter ist ganz gut, genauso wie die Wache. Die Wache finde ich allerdings für 4 Mana 1 zu teuer. Deswegen nehmen wir den Ritter. Hier nehmen wir den Söldner, der ist richtig gut. Irgendwie fehlen ein bisschen die Magierkarten. Eislanze ist scheiße. 7-Drop ist halt dann jetzt wieder richtig hoch. Wir nehmen mal das Koko hier. Hier nehmen wir den Geomanden, weil wir 2 Drops brauchen, die anderen beiden nicht gut sind. Blutelfenklerikerin ist sehr gut. Oh je. Also der Murloc ist, naja. Der Herr der Arena ist scheiße, weil er nur 5 HP hat für seine 6 Kosten. Ich denke der Ritter ist auch ganz okay. Ich denke wir nehmen auch ihn. Geomand bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von. Das ist eher so ein schlechter 2 Drop. Spiegelgestalt kann gut sein, in den meisten Fällen ist es das aber nicht. Und der Akkonyt wäre mal einen Card Draw. Den kann man ja selber anpingen. Ich denke wir gehen da mit. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Arcanen Geschosse. Pyromant oder Abo? Huhn ist scheiße. Dann haben wir erst einen Zauber, ne? Einen Zauber. Ich denke wir gehen mit der Abo hier. Hier nehmen wir die Fanatikerin. Eieiei, wir nehmen... was nehmen wir denn? Also winzige Beschwererin ist Mist. Die wird so genervt, dass es leider nicht mehr nützlich die zu spielen. Weil der Vorteil nicht groß genug ist, ihn halt rauszukäuen. Das heißt wir gehen entweder mit Gegenzauber oder Zerstäuben. Die sind beide gut. Ich denke wir nehmen Gegenzauber. Hier nehmen wir nochmal den Kommandanten. Das ist wesentlich besser als die anderen beiden. Hier nehmen wir das Wasserelementar. Kältekegel oder ein Zauberbrecher. Ich denke wir nehmen den Silence hier an der Stelle. Hier die Jägerin, weil die anderen beiden Mist sind. Zauberlehrling ist eine der besten Zweierkarten. Wargrabler ist ein sehr guter Spotter. Dunkleisenkwerke ist sehr gut. Kirin Tor oder Sonnenläuferin. Wir haben relativ wenige 2-Drops, deswegen nehmen wir den 3-Drop hier. Frostblitz auf jeden Fall. Bomber. Arcane Explosion mag ich überhaupt nicht. Den Mana-Würm, sehr schön. Jetzt kommen da noch ein paar gute Karten. Eber ist richtig Mist. Der ist im Prinzip nur bei Waffen gut. Deswegen nehmen wir den Champion hier. Dann haben wir eh noch keinen 7-Drop. Die sind beide Mist, weil Frostblitz macht keinen Schaden. Und das ist dann nur im Constructed wirklich nützlich, wenn man sich da sowas aufbaut. Irgendwie nehmen wir den Seer. Wird es halt 3-Mana-lastig. Eisbarriere ist ziemlicher Scheiß. Weil es halt einfach nichts bringt. Man kriegt 8 Rüstungen und hat dafür aber eine Karte weg. Das bringt halt nichts, wenn man schon unter Druck ist. Er bringt einem das überhaupt rein gar nichts. Das ist echt schade. Ich denke, wir nehmen hier die Arcane Intelligenz. Oh, Wargen ist sehr gut. Weil man ihn ja selber anhängen kann. Zauberlehrling eben schon mal gesagt, eine der besten Zweierkarten. Ich denke, wir haben... Was haben wir denn an Card-Draw? Wir gucken gerade mal durch. Wir haben eine Arcane Intelligenz. Und wir haben den Akolyten. Das ist nicht so gut. Allerdings ist hier Ingenieurslehrling auch keine besonders gute Card-Draw-Karte. Wir nehmen die Spiegelgestalt hier. Okay. Ausbilderin oder Wichtelmeisterin? Wie viel Zauber haben wir denn jetzt endgültig? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nicht so gut. Ich denke, wir nehmen sie aber trotzdem. Ja, wir haben eins der schlechtesten Magier-Decks bekommen, die ich mir vorstellen kann. Wir haben keinen Feuerball. Wir haben keinen Blizzard. Wir haben keinen Flammenstoß. Wir haben keinen Cheap. Also irgendwas stimmt aktuell mit unseren Arenaläufen nicht. Wir bekommen solche seltsamen Decks. Das ist der Wahnsinn. Ein Frostbolt und eine Arcane Geschosse haben wir. Wir hätten allerdings eine zweite Arcane Geschosse haben können, wenn wir den Worgen nicht genommen hätten. Ja. Das ist natürlich geil. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Magier-Deck ohne Feuerball, ohne Pyro, ohne Flammenstoß und ohne Blizzard. Ich hatte wenigstens eine dieser Karten. Aber gut. Dafür sind wir halt sehr Diener-lastig. Den brauchen wir anfangs auf jeden Fall nicht. Spiegelgespalt kann helfen, genauso wie der Bomber. Die behalten wir mal. Und den Mana-Wurm bekommen. Das ist doch was. Das ist sehr gut. Vor allem, weil wir auch anfangen. Gucken, was er spielt. Gut. Arcane Geschosse, dann können wir ohne weiteres den Mana-Wurm spielen. Grüßen wir mal ihn. Erstmal wird er schön mit dem Katapult beschossen. Ja, also das ist auch wieder so eine seltsame Geschichte, was wir hier an Karten bekommen haben. Das ist wieder so ein typisches 4-5-Siege-Deck, verrückterweise. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es mit dem Bomber hier an der Stelle. Bisschen schade. Oh man, das ist doch nicht in deinem Ernst, oder? Na. Bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Egal. Es hätte alles passieren dürfen. Er hätte den Bogenschutz hin treffen können. Er hätte sogar einmal unseren Mana-Wurm treffen können, aber zweimal treffen ist heftig. Okay, der ist aber ein bisschen komisch drauf mit seinem Gedankenschlag. Interessant auf jeden Fall. Das kommt schon mal auf jeden Fall. Wir können nichts anderes machen, außer die Spiegelgestalt. Deswegen spielen wir die auch. Er ist ein bisschen komisch drauf, dass er da so direkt auf unseren Kopf losgeht. Seltsam für einen Priester. Priester sind eigentlich eher langsam am Unterwegsern wegen der Heilung. Er hat vielleicht direkt jetzt auch eine Schattengestalt oder so. Okay. Gut, da kriegen wir jetzt schön viele Karten raus. Das ist gut für uns. Echt gut. Wir müssen den auf jeden Fall kaputt machen. Alles klar. Dann pingen wir unseren nochmal an, damit wir eine Karte bekommen. Wir können aber nichts spielen. Dann greifen wir ihn jetzt noch an und das war's. Gute ist halt, dass dadurch, dass wir ihn kaputt gemacht haben, kann er ihn auch nicht wieder heilen und Karten ziehen und so weiter, wie Priester das ganz gerne machen. Jetzt haben wir aktuell eher die Chance Karten zu ziehen. Okay. Hoffentlich triffst du ihn. Ist jemand verletzt? Ah, triffst natürlich den richtigen. Ist aber nicht so schlimm. Okay. Erstmal machen wir das hier. Okay, das ist gut. Jetzt können wir nämlich das machen. Ziehen noch eine Karte. Und wir machen den mit Frostbolt kaputt. Und pingen ihn. Ihn können wir auf dem Feld jetzt lassen. Bringt nichts, wenn wir ihn jetzt den einen Schad machen. Dadurch stirbt er ja. Es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendwann er angreift und der dadurch stirbt. Oder wir ihn eventuell nächste Runde buffen und dann nochmal pingen können. Also da gibt es jetzt viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist sehr gut für uns, weil wir so den Kommandanten spielen können. Können den einfach weg machen. Das sieht aktuell ganz gut für uns aus. Obwohl wir halt die angesprochenen Karten nicht haben. Dafür haben wir halt relativ schöne Dienerkarten bekommen. Da ist jetzt nicht wirklich was dabei, wo ich mich drüber ärgere. Okay. Das ist interessant. Nächster Gedankenschlag. Das stört mich ein bisschen. 3,6 ist der stark. Denk an ihm geht nix dran vorbei. Dann greifen wir so an. Und greifen so an. Und pingen ihn. Okay. Gucken, was er jetzt gegen den Spotter unternehmen kann. Schattenwort Schmerz wäre bitter. Zauberbrecher geht noch. Ich hätte es nicht anders gespielt, wenn ich gewusst hätte, dass er einen Zauberbrecher hat. Das ist auch nicht schlimm. Alter, er hat schon die zweite Elfenarcher, die er da hat. Schon krass, muss ich sagen. Das macht gar nix. Das ist sogar ganz okay für uns. Den spielen wir auf jeden Fall, buffen ihn und töten schon mal den da. Dann würde ich sagen, töten wir die da. Und spielen die hier. Wir haben halt den Kartenvorteil auf unserer Seite. Das ist aktuell der Vorteil, den wir uns erarbeitet haben. Und das ist auch eigentlich der einzige Sieggrund aktuell für uns ist. Gucken, was er da hat. Kobra. Ist nicht so schön. Okay. Vielleicht, dass wir jetzt zwei Karten da reinjagen. Das ist seine Überlegung. Da dahinter. Das wird aber auf jeden Fall nicht passieren. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Als erstes spielen wir auf jeden Fall gegen Zauber. Dann spielen wir die hier. Aber wir hätten erst die spielen sollen und dann gegen Zauber. Okay. Haben wir es ein wenig versaut. Dann spielen wir ihn. Jetzt greifen wir mit der die an. Pingen sie kaputt und tauschen hier. Wir können uns die schlechteren Tauschs, weil es ist ja nicht mal schlechtere, es ist eins zu eins. Wir könnten uns sogar noch schlechtere Tauschs erlauben, weil wir eben so krass im Kartenvorteil sind. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass er nicht anfängt, irgendwie mit Zauberkarten oder ähnlichem irgendein Mega-Vieh zu erschaffen. Okay. Dann haben wir unseren Card-Draw. Nehmen wir den auch. Lassen sprechen. Wir pingen den auch direkt nur. Okay. Dann bringen wir erstmal so viel wie möglich aufs Feld. Wir greifen ihn direkt an. Das Gute ist, er kann halt aktuell auch kein Mind-Control oder ähnliches spielen, weil wir eben den Gegen-Zauber draußen haben. Nur ich weiß nicht, ob er sich da so sicher drüber ist. Egal, was ist... Das ist die dritte! Elfenbogen-Schutz sind immer Instant-Pick oder was bei ihm? Verrückt, der Schild. Okay, der holt sich den. Aber da können wir mit leben. Ah, letztendlich ein 1 zu 1 Tausch. Okay. Dann tauschen wir hier. Machen den kaputt. Schon mal ganz klar. Die greift an. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir spielen. Den hier und den hier. Damit wir viel auf Feld bekommen. Und fertig. Was jetzt ein bisschen eklisch wäre, wäre eine Holy Nova. Allerdings bringt sie mir auch nichts, weil wir noch den Gegen-Zauber da liegen haben. Das heißt, wir haben das, denke ich, ziemlich sicher in der Tasche. Aber er darf noch eine Karte ziehen. Und er heilt sich. Wieviel haben wir denn? 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16. Das reicht noch nicht. Das heißt, wir müssen tauschen. Ich spiele mal das Wasser elementar. Dann ist unser Feld nämlich voll. Wir greifen mit ihm auch noch an. Wir kriegen ihn jetzt kaputt, weil wir Platz brauchen. Und spielen die violette Ausbilderin. Ich denke nicht, dass er 19 Schaden mit einem Gegen-Zauber draußen machen kann. Oder zwei Holy Novas oder sowas hat. Das heißt, wir haben gewonnen. Und zack. Der Unterricht über meinen Stahl schwarzt. Sehr gut. Erster Sieg. Erst ins Game. Gehen wir direkt ins Zweite jetzt, würde ich sagen. Ich bin ja schon überrascht, dass wir überhaupt das Game gewonnen haben. Keine Explosion in Golden. Okay. Oh, haben sogar eine Quest für den Magier. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Aber es ist ja umso besser. Irgendwann wieder ein bisschen Gold. Unser Gold ist ja komplett für Booster drauf gegangen. Mal. Ja, los doch. Los doch. Würdiger Gegner Nummer 2. Der Guldan. Ja, das sind schöne Karten. Gucken. Und sogar als Erster dran. Können die hier eventuell wegtun. Die 3 mag ich. Oh, das war eklig. Hätte ich doch fast lieber die andere gehabt. Gucken, was er macht. Wenn er ein Flammwichtel oder ein Blutwichtel ist, ist ein bisschen eklig. Macht er aber nicht. Dann spielen wir den Würm. Wir halten die Münze. Weil die Münze zählt ja als Zauber. Und dadurch ist der Mana-Würm bloß 1 gebufft. Das ist eine gute Karte. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wir können ihn im Leben halten und können ihn töten. Wir haben jetzt eine 3 1er und eine 3 3er. Mal gucken, wie er damit umgehen kann. Das ist gut für uns. Die können wir nicht wieder kaputt machen. Zack. 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 In Angriff. Bleiben wir in Kontrolle. 4 Mana nix runter. Könnten wir ja den Fluss-Kroko spielen und den Kobold-Geomanten. Falls wir nix anderes ziehen. Er hat scheinbar auch nix ordentliches auf der Hand. Er zieht einen Worgenspitze. Das ist natürlich ein bisschen eklig für uns. Können uns aber nicht wirklich ändern. Ein 3 Mana bringt uns nicht viel. Deswegen machen wir das so und greifen an. Er bringt ihm sein Worgenspitzel jetzt auch nicht die Welt. Was will der kleine Mann gegen 4 große Kreaturen ausrichten? Holt sich den Wurm. Hätte ich genauso getan. Da kommt sein 5-Drop. Ein bisschen eklig, aber was will man machen? Ähm. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Dann spielen wir jetzt 2 Kreaturenbinder und greifen weiter an. Damit wir weiter den Druck aufrechterhalten können. Das ist ganz gut. Letztendlich haben wir wieder 1 zu 1 getauscht, weil wir ja das GroKo behalten haben. Ein Schuss. Okay. Warum, ey, warum spielen heutzutage alle diesen Elfenbogen schützen? Das ist der Wahnsinn, ey. Der erste mit 3, der jetzt auch schon einer? Okay. Echt verrückt, Mensch. Zack. Wir halten immer schön, das ist sehr gut für uns. Haben jetzt eben wieder 2 Stücke getauscht gegen nichts. Nur gegen den Schild. Schattenblitz, okay. Okay. Haben wir allen auch wieder was weggezogen. Okay. Wir spielen ihn. Können dadurch so tauschen. Und die anderen beiden wieder auf dem Feld behalten. Nächste Runde ist er tot, falls er jetzt nichts ausrichten kann. Er muss auf jeden Fall den Champion töten. Wer wagt es, mich zu beschwören? Okay, zwei Karten weg. Sehr gut. Danke. Gut gespielt. Wir haben ja sogar 2-0 geholt. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir haben halt wirklich gute Diener erwischt. Das ist der einzige Pluspunkt, das wir aktuell haben. Ja, 2-0. Ich würde dann sagen, machen wir wieder einen Cut. Machen wir das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich für's Zusehen und bis denne. Ciao, ciao.